Es ist mir zwar peinlich, aber ich habe es noch nie geschafft, Minecraft ganz normal im Singleplayer-Modus durchzuspielen. Denn ich scheitere immer an irgendeinem Schritt. Was? Deswegen versuche ich es mir heute leicht zu machen. Denn alle Monster droppen mir jetzt OP-Items. Werde ich es wenigstens so endlich schaffen, Minecraft durchzuspielen? Es kann aber nicht schwer sein, oder? Imagine Creeper droppen einfach cool Netherroids. 3, 2, 1, go. Wow, okay, okay, okay. Was machen wir uns erst? Ich bin dreimal im Kreis gelaufen. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht in irgendeinen Schnee rein. Nein! Nein! Ah, gut, nicht hier raus. Fängt schon mal gut an. Das ist schon die erste Challenge. Wie komme ich zu Bäumen? Doch, doch, ich habe es. Das Ding ist, ich muss nur einen Mob finden. Es droppen aber nur Hostile-Mobs OP-Items. Keine normalen. Also wenn ich jetzt einen Schwein kenne, bekomme ich einfach nur Schweinefleisch. Okay, ich muss jetzt einen Mob finden. Und dann habe ich eigentlich gewonnen. Wenn ich jetzt einfach so... 60 Enderperlen. Okay, okay, es funktioniert. Deswegen ist es, die Enderperlen bringen mir gerade gar nichts. Und hier sind so viele Monster, die mich gerade angreifen. Ich könnte wirklich jetzt sterben. Wenn ich sterbe, dann jetzt. 64 Netherite Ingots. Ich darf jetzt einfach nur nicht sterben. Nein, drei Herzen. Als ob ich jetzt sterbe. Nein, 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 nein. Das ist zu früh. Das ist viel zu früh. Bin ich hier safe? Ich hoffe, ich bin hier safe. Ich crafte mir jetzt... So geht das nicht. Ich dachte, man kann sich nicht mehr meine Rüstung einfach so craften. Wait, ich brauche ja die Rüstung. Mist. Ich brauche erst mal Steine ab, okay. Ich glaube, ich brauche einfach bessere Tools, um die Mobs schneller killen zu können. Soll ich mich raus Enderperlen? Ah, das ist zu risky. Das ist viel zu risky. Ich verliere halt zwei Herzen durch die Enderperle. Aber dann bin ich schneller draußen. Halt! Ich brauche essen. Ey, wenn ich an Schnee sterbe. Wenn ich an Schnee sterbe, das wäre so peinlich. Ich muss aufpassen. Okay, ich esse dich. Okay, bitte, es tut mir leid. Warum droppst du nicht? Okay, ich glaube, Ziegen sind auch gefährlich. Nein! Oh mein Gott, dieses Loch hätte ich nicht gesehen. Ich bin aber auch wirklich im schlechtesten Biom der Welt gespawnt. Warum sind die nur Ziegen? Ich hoffe, die Ziegen greifen nicht an, ne? Okay, okay, ich bin im Wald. Im Wald bin ich doch safe. Ein Outpost! Ey, ich bin tot. Ich bin tot. Es kann nicht sein, dass ich sechs Minuten lang mit einem halben Herd rumlaufe. Ist das ein Schwein? Ich kann nicht mehr sprinten. Jetzt, wo ich nicht mehr sprinten kann, finde ich endlich ein Schwein. Sogar drei. Ihr seid meine Rettung. Soll ich die zuerst braten oder esse ich die einfach so? Wo finde ich Mobs? Eine Option wäre, ich gehe zum Outpost. Das Problem ist, ich habe mies Angst vor den Pillager. Andere Option, ich gehe in die Höhle. Aber beim Outpost sind safe viele Mobs. Und es könnte dauern, bis ich eine Höhle finde. Egal, ich mache mich jetzt auf zum Outpost. Es gibt wirklich Leute, die sind jetzt... Was? Was machst du vor mir? Wow, ich habe mich gerade so erschrocken. Speed Mining. Was soll ich damit? Boah, jetzt kann ich schneller minen. Strength. Okay, das nehme ich mit. Werdet ihr denn? Strength 9? Oh mein Gott, ich habe die One-Hütten. Ich habe gewonnen. Zählen Iron-Golems als Hostel-Mobs? Ne, der hat eben nur Eisen gedroppt. Egal, Eisen nehme ich mit. Soll ich die LX befreiten? Ich weiß gar nicht, wie man LX benutzt. Seid frei. Helft mir. Ich verstehe nicht, was sie können. Oh, ich kann die rufen. Kommt her. Schwierigkeit auf Normal. Soll ich auf Normal stellen? Ich glaube, auf Easy. Ja, das war schon immer auf Normal. Ja, 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 ja. Zack. Schaufel. Wow. Nein. Zack. Und jetzt brauche ich die Schaufel und kann die Items runden entklamen. Eisenblöcke. Ja, easy. Jetzt mache ich mir Full Iron. Das sieht doch schon mal besser aus als davor. Ein Stack OP-Goldäpfel. Ich habe gewonnen. Ist hier noch ein Mob. Ansonsten könnte ich mich eigentlich auch direkt auf den Weg machen, Minecraft durchzuspielen. Ich nehme den Wassereimer. Dann baue ich noch Lava. Und dann habe ich eigentlich alles. Okay, das gilt auch noch. Oh, eine Pickaxe. Oh, chillig. Ey, ich habe Speed. Ich habe eine Speed-Mining-Potion. Und ich habe eine Efficiency-10-Netherworld-Spitzhacke. Mal gucken, wie lange das dauert, um einen Lavasee und eine Höhle zu finden. Die Pickaxe bewegt sich gar nicht. So schnell bin ich. What the hell? Ey, ich laser hier aber auch wirklich durch alle Blöcke durch. Alles, was ich angucke, verschwindet einfach direkt. What? Habt ihr den MLG gesehen? Das war krass. Ich bin gerade voll stolz. Ich bin so plötzlich runtergefallen und ich habe trotzdem MLG'en können. Wenn ihr jetzt nicht das Video liket... So ein YouTuber-Move. Jetzt droppt was. Feuerwerksraketen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh dafür. Einfach ein paar OP-Goldäpfel essen. Warum nicht? Ich kann es mir leisten. Fire Resistance. Ich habe es bisher noch nie in meinem Leben geschafft, Minecraft im Singleplayer durchzuspielen. Aber vielleicht wird sich das heute erinnern. Das Einzige, was ich gerade suche, ist aber ein Lavasee. What? Oh. Hier ist ein Lavasee. Soll ich einfach reinspringen? Das ist gemütlich. Angenehme Wärme hier. Die Hauptschwierigkeit ist immer noch... Ups. Nein! Ich habe da ein bisschen was falsch gemacht, glaube ich. Die Hauptschwierigkeit ist immer noch, eine Nether Forges zu finden. Ich habe es noch nie geschafft, eine Nether Forges zu finden. Gibt es Strategien, um eine Nether Forges zu finden? Zack, zack, zack. Flip in Stil. Let's go! Okay, 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 okay. Jetzt wird hier wirklich weggelasert. Darf ich die hitten? Es kann mir eigentlich egal sein, oder? Kommt, kommt, wenn ihr euch traut. Ups. Okay, die trauen sich wirklich. Nein! Wait, 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 wait. Ich verliere zu viele Herzen. Warum sind es so viele? Es sind wert, ich dachte... Hör auf. Ich baue eine Mauer. Die kommen hier nicht durch. Nein! Was? Nein! Es kommt immer weitere. Ich habe eine Elytra. Nein, es kommt noch. Es kommt noch weiter. Ende Augen! Ich kann eigentlich... Ich kann wieder gehen. Ich habe schon alles. Ja, tschüss. Tschüss, ihr Loser. Vielleicht geht's. Haha. Ciao. Okay, wir speedrunnen zusammen. Komm mit. Vielleicht soll ich was essen. Vielleicht sterbe ich gleich. Können wir ihn wirklich mitnehmen? Ich versuche es. Teamwork ist auch immer schöner. Hallo. Hier bin ich. Hier lang geht's. Hier lang geht's. Oh, oh. Ja, er kommt. Wie schnell ich aber auch Blöcke abbaue. Das ist krass. Hä? Silberfisch? Wait. Hier ist nicht der Stronghold, oder? Die Silberfische haben schon nichts mit einem Stronghold zu tun. Deswegen ist halt, ich kann mir auch wirklich keine bessere Rüstung als Eisenrüstung machen. Ich habe keinen Dias bekommen. Ich habe einen Stack Netherite, aber ich habe keinen Dias. Das heißt, ich kann das gar nicht benutzen. Wir haben die Oberfläche erreicht. Also, also. Wir werfen jetzt Ende Augen. Ich habe die gerade gedroppt. Ich habe gerade auf Kugel gedrückt, anstatt die wirklich zu werfen. Okay, okay. Herbert. Okay, Herbert. Wir werden den Erddachten killen. Er hält sein Schwert bereit in der Hand. Soll ich nochmal mal werfen? What? Pass auf. Nein. Ich muss auch. Ich muss selber aufpassen. Nein, Herbert. Ich hoffe, Herbert geht's gut. Nein. Ich höre. Nein. Nein. Herbert. Nein. Warum greift mich noch nicht an? Ich habe dich gerade gerettet. Nein. Herbert. Lauf mir doch nicht. Nein. Wir haben Herbert verloren. Das war ein Unfall. Kommt mit. Kommt alle mit. Was macht ihr wieder im Schnee? Er friert doch nicht. Das Ganze ist ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Herbert 2. Kommt mit. Die anderen sind einfach gestorben. Ja, gut. Komm, wir gehen aufs Eis. Ich baue hier auch einen Weg, okay? Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Auf dem Eis sind wir sicher. Okay, diese Richtung, diese Richtung. Bist du bereit, deinen Bruder zu rächen? Er hat Ja gesagt. Okay, Herbert. Ich lasse dich kurz alleine. Okay, bitte mach nichts kaputt. Ein paar Sekunden später. Ich baue ihm jetzt eine Brücke. Wo? Herbert. Herbert. Da lässt man ihn für eine Sekunde alleine. War das Herbert? Herbert? Ich glaube, die Threat ist besser, wenn ich woanders ein Portal baue. Ich baue das Nether-Portal am Stronghold. Das ist smart. So. Okay, zurückwärts, zurückwärts. Oh, das gibt Leute, die machen so Mathematik. Die machen so einen Satz des Pythagoras oder so. Ja, voll Damage. Hä? Let's go. Ich habe die Library gefunden. Hä? Als ob hier so ein Ding ist. Ey, der Sound davon ist so selbst feig, ne? Okay, die Frage ist, wie findet man den Portalraum? Wie findet man den Portalraum? Ich habe ihn gefunden. Das klingt einfacher als gedacht. Netherite Boots. Ich habe zum ersten Mal Rüstung bekommen. Jetzt kommt die Herbert-Armee. Nein. Nein. Es war einfach nicht. Ich baue es einfach Instant ab, okay? Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Ich speedrunne nicht nur den Erdauer ankillen. Ich speedrunne Weltherrschaft am Ende. Die Pikmin gehen jetzt ins End und verscheuchen die Endermände am Ende. Das ist der Plan. Ich schaffe es. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich hoffe, die kommen rein. Nein, ich bin alleine. Der Plan ist ja auch gegangen. Okay, egal. Dann räche ich die wohl alleine. Ich könnte das richtig langweilig machen und ihn wegmeleen. Wie viel Damage mache ich ihn? Mit Strength und... Hä? Ich bin echt... Ich habe Thorns. Ich tue nichts. Ich bin einfach so krass. Es haben nur meine Schuhe Thorns. Ich trete auf ihn rauf, quasi. Wie viel Schaden macht ein Bogen? Okay, es ist okay. Oh, er percht. So geht er mit einem Enderdragon-Purch um. Das ist so dumm, wie ich den falte. Die letzten Meter. Die letzten HPs. Okay, wie mache ich den Final-Hit? Der Trident. Okay, und... Eww! Nein! Was? Ich habe ihn besiegt. Warum fliegt er noch? Oh, er verriert. Eww! Da haben wir es. Unter einer Stunde. Ich habe schon mal versucht, Minecraft durchzuspielen. Und wie das lief, seht ihr in diesem Video. Ich habe schon mal versucht, ミラ dich zu wem. Und wie fühle ich uns? Das wäre so dumm, wie rein.